Hallo Freunde, willkommen bei mir im Kanal. Heute haben wir mal eine kleine Mopedfahrt angedacht und wir machen hier gleich mal zwei solche schicken Events. Und zwar zum einen, wie ihr seht, ein Topper Event, ich bin schon da und nebendran ist gerade eben noch eine Kiste aufgeploppt, ne Versorgungskiste und die wollen wir uns natürlich auch mal noch mitschnappen. Ausgerüstet habe ich mich wie folgt, einfach mal ne Militärkleidung, weil ich genug zu liegen habe, ne Knatterrateng und ein paar Sunny-Päckchen. Gucken wir mal rein, welches Event wir heute kriegen. Wir hatten jetzt schon ein paar mal öfters das Jagd-Event, wo ewig viele Rehe rumlaufen. Ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Alles klar, wir haben die Geiselnahme, so wie es aussieht. Die ist nämlich etwas schwieriger, er droht mir schon. Wie ihr seht, ich seh dich mein Freund, ich schlag dir den Kopf ab. Das ist alles nicht so cool. Sind auch alle schwer bewaffnet, wie Sau. Oh, geht schon los. Bin ich ihm schon auf den Schlips gedreht. So, versuchen wir mal einen kleinen Trick. Hat nämlich schon mal geklappt. Wenn man sie jetzt hier weglockt und einmal ins Grüne rennt und wieder reingeht, dann laufen die nämlich, also hat zumindest beim letzten Mal relativ cool geklappt, dann laufen die nämlich zu ihrem, zu ihrer Feuerstelle wieder hin. Und wie ihr seht, dann kann die hier irgendwie bei gehen, könnte man den ersten schon mal umliegen. So, und die anderen zwei sind komischerweise auch schon tot. Also, der Trick funktioniert relativ gut. Schleicht euch ein bisschen von hinten an. Wenn die Jungs euch dann auf die Nüsse gehen wollen, lauft ihr einfach hoch zum Kartenrand, so hinter eurem Moped. Verlasst dort das Gebiet. Ihr spawnt ja, wenn ihr wieder eintretet, direkt neben dem Moped. Und wie ihr gesehen habt, laufen die Kollegen knallhart an euch vorbei, bis zu ihrem ursprünglichen Startpunkt, bevor sie das Schießen anfangen. Und dann könnt ihr schon mal ganz gemütlich den ersten aus der Hüfte wegknallen. So, naja, gucken wir uns doch auch gleich mal um, was die Leute hier alles so schön in ihren Mopeds dabei haben. 15 Bauxit, jawoll ja, schöne aufgemotzte Knarre, ein Schnuffi, ein Gasschnuffi, leider nicht allso viele Mopeds hier, aber wir haben ja noch verschiedene, diverse Trucks und Koffer. Okay, im Truck liegt nur ein abgenutztes, normales Level 1 bei, das ist natürlich, hm, kontraproduktiv, das brauchen wir nicht mitnehmen. Klebeband ist cool, den Rest hat man eigentlich in Hülle und Fülle. Schauen wir mal hier in die kleine Kofferserie rein, was wir hier noch schön ist am Beuten. Klebeband ist cool, Bretter, Eisen, kann man mal mitnehmen, eine Sanitasche können wir noch stacken. So, bis jetzt war es ja eher madig. Schauen wir mal, was die Jungs dabei haben. Noch eine Sanitasche, sehr nice. Waffenteile, hm, eine halb abgewichste AK, die kann man maximal noch wieder im Bunker beim Soldaten aufmotzen. So, Klamotten. Prinzipiell nehme ich nur Klamotten mit, die Level 1 Klamotten nicht unbedingt, aber Level 2 Klamotten kann man mitnehmen, weil man die ja wieder aufmotzen kann. Ne, kann man ja hier, ne, scroll hoch, kann man ja hier verstärkte Klamotten draus machen und da werden die ja wieder voll. Deshalb, egal wie abgenutzt die sind, man kann die ganz locker ruhigen Gewissens mitnehmen. Gut, eine Rotflinte, die noch ein bisschen was taugt. Die Hose ist in Ordnung. Mütze, Hemd und Schuhe sind wie gesagt Level 1 und Militär. Das ist alles nichts. So, was haben wir hier? Oh, ne Pistole. Also in Summe gesehen, ein Alu-Warn, wunderbar. So, jetzt haben wir hier schon mal eine komplette Level 2 Kleidung zusammen. Wenn ich die aufmotze, habe ich hier wieder einen kompletten Satz. Ganz feine schicke Militärkleidung. Die Hose, die Farbe, den Rucksack, den brauchen wir nicht. Das ist alles Müll. So, haben wir hier noch zwei Teile Militärkleidung, aber das ist ja kein Problem. Wir haben so unsere 20 Sani-Päckchen quasi, sind schon wieder rein. Die haben wir schon wieder verdient. So und ansonsten, schwere Stoffe brauche ich nicht, das Beil brauche ich auch nicht. Gut, dann war es das ja im Prinzip auch schon. Ausbeute ist relativ okay, wenn man dann mal drüber guckt. Klein wenig Klebeband, was ja besonders wichtig ist. Die Gasmaske hätte auch ruhig mal die Schnorchelmaske sein können. Ansonsten, ja, stecken wir mal ein paar Kleinigkeiten ins Motorrad. Weil wir haben ja noch ein kleines zweites Event nebendran. So, die Schrotflinte, na wir werden uns mal mit der ausrüsten. Dann werden unsere gute volle mal lieber ins Motorrad legen. So, eine wertvolle Bandage wollte ich jetzt eigentlich nicht verbrauchen. Aber das Problem, hier wachsen auch keine Beeren, dass man diese paar Lebenspunkte hier oben noch schnell mal auffüllen könnte. Oder ein Gräser, Gräser. Könnte man natürlich jetzt noch alles einsammeln und abformen. Ist ja logisch, ne? Aber ich brauche sie jetzt gerade mal nicht. Und es wachsen wirklich kein einziger Bärenstrauch rum. Also bleiben wir jetzt erstmal bei diesen 70%. Das hilft nicht. Den Sprit hier müssen wir noch mitnehmen, fällt mir gerade ein. Hey, den hätte ich jetzt fast vergessen. So, gießen wir mal ab. Hier haben wir noch eine einzelne volle Wasserflasche. Die trinken wir. Dann haben wir quasi vier leere Flaschen und müssen halt zur Not noch ein bisschen bei uns einfüllen. Aber da geht gar nicht viel. Aber wir wollen ja den ganzen Sprit noch mitnehmen. Also müssen wir mal ganz schnell in der Inbox mal schauen, wo wir noch was in der Inbox an Wasserflaschen zu liegen haben. Bla 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 bla. Hier unten sind wir noch drei volle Flaschen. Ja, das müsste dann eigentlich fast reichen. So, jetzt geben wir den Jungs noch ein bisschen Saures. So, weil wer sich mit mir anlegt, legt sich mit dem Falsche an. Zack, bumm. Einmal vollgeschifft die Typen. Jetzt haben wir noch sieben leere Flaschen gewinnen können. Naja, dann müsste man doch bald für den Sprit hinkommen. Perfekt. Einmal frei. So lobe ich mir das. Sehr gut ausgerechnet. So, rein ins Moped. Dann haben wir wieder noch einen Inventarplatz frei. Und jetzt gucken wir uns schnell das nächste Event an. Auf den Bock und los würde ich sagen. Abwurfstelle laufen. Obwohl man hätte auch gehen können, aber das würde jetzt den zeitlichen Rahmen ja total sprengen. Schauen wir mal was wir in dieser schönen Abwurfstelle noch so finden. So, da sind wir auch schon. Okay, da ist ein fetter Blähblubber. Also wie gesagt. Oh, das Begrüßungskommando. Hier ist das Kugeln. Du grünes Individuum. Die Beeren wären zwar jetzt verlockend, aber ich möchte mich hier ehrlich gesagt mit relativ wenig Leuten anlegen. Da brauche ich meine ganzen gefundenen Waffen. Die nehme ich lieber mit nach Hause und habe dann noch mal ein bisschen was, um mir den Weg zum Blinden freizuschießen. Wenn man dann alle zwei Tage den Blinden macht, dann kann man nämlich solche angefangenen Waffen sehr gut mitverarbeiten. Wer hat die schnelleren Schuhe, mein Freund? Ich oder du? Haha, ich. So, gut. Haben wir noch ein bisschen was abgesahnt. Das gucken wir uns gleich noch mal an und dann denke ich, haben wir es doch auch schon fast wieder. So, also wir könnten jetzt noch einen Benzinkanister ergattern. Zehn Steine habe ich noch mitgenommen. Okay, ob man die jetzt unbedingt braucht. Ein grünes Kupöngchen. Kann man auch. Lässt man ja nicht liegen. Kann man immer gebrauchen. Und einen relativ guten Schädelspalter. Ist auch in Ordnung, finde ich. Und ein bisschen Klebewandwartel habe ich auch noch eins dabei. Also von dem her haben wir jetzt zwei schöne Events. Ein bisschen was abgegrast. Das ist eigentlich ganz cool. Ich schaffe jetzt quasi meine Beute nach Hause. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Lasst ein Abo da. Und ich versuche mal, wenn mir die Topper Events ein bisschen öfters mal wieder zu einer passenden Uhrzeit über den Weg laufen, dass ich die auch öfters mal wieder gefilmt kriege. Also vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.